Die Technikerkrankenkasse hat ihre neuen Jahreszahlen rausgegeben und diese Zahlen sind äußerst dramatisch. Die Arbeitsunfähigkeit ist um über 30% gestiegen und die Gründe dafür sind sehr, sehr eindeutig. Welche Berufsgruppen und welche Bundesländer besonders gefährdet sind, das erfährst du in diesem Video. Los geht's! Und das lässt wirklich alle Alarmglocken läuten. Weil jedes Jahr veröffentlicht nämlich die Technikerkrankenkasse ihre aktuellen Zahlen im sogenannten Gesundheitsreport. Und in diesem Report werden unter anderem der Krankheitsstand und die Fehltage für das ganze Jahr berechnet. Und die Technikerkrankenkasse ist jetzt auch nicht irgendwer, sondern laut Statista ist es die größte Krankenkasse in Deutschland noch vor der Barmer und der DRK. Und die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsberichts basiert auf den Daten von über 5,6 Millionen Personen. Man kann also auf jeden Fall sagen, dass diese Daten sehr repräsentativ sind für ganz Deutschland. Lass uns mal in den Bericht gemeinsam reinschauen, um zu sehen, was wirklich Sache in Deutschland ist und wie dramatisch diese Zahlen mittlerweile sind. In dieser ersten Grafik siehst du die Tage, in denen die Menschen arbeitsunfähig waren, also krankgeschrieben. Und die Zahlen siehst du hier für die letzten 20 Jahre, aufgeschlittet nach Männlein und weiblich. Und vom Jahr 2000 bis 2006 gingen die Krankheitstage leicht runter auf durchschnittlich 11 Tage pro Jahr. Und von 2006 bis 2014 gingen sie dann hoch auf 15 Tage pro Jahr und danach verharrten sie ungefähr immer auf demselben Niveau. 2020 und 2021 gingen sie dann leicht runter, weil klar, dort gab es ja auch sehr viel Homeoffice. Wenn man sich dann aber das letzte Jahr 2022 anschaut, dann kann man sagen, hier geht wirklich die Lucifer ab. Hier ging es wirklich schlagartig extrem nach oben. Es ging von durchschnittlich 14,3 Krankheitstagen hoch auf 19 Krankheitstagen. Das ist ein Anstieg von 30 Prozent in nur einem Jahr und sowas hat es, glaube ich, noch nie gesehen. Und auch hier in der zweiten Grafik kannst du das ganz deutlich sehen. Die Arbeitsunfähigkeitsquote, also wie viele der Menschen mindestens einen Tag krank waren, ging von 42,3 Prozent hoch auf durchschnittlich 63,2 Prozent. Das ist sogar ein Anstieg von über 50 Prozent. Also, meine lieben Zuschauer, die hier so massiv angestiegenen Zahlen in den Krankheitsbildern, das kann man einfach nicht ignorieren. Offenbar ist da irgendwas massiv im Argen bei der Gesundheit der deutschen Bevölkerung. Und deswegen schauen wir uns als nächstes mal die Gründe für diese Arbeitsunfähigkeit an. Und direkt in der Einleitung des Gesundheitsreports schreibt die Krankenkasse wie folgt. Der Krankheitsstand im Jahr 2022 betrug im Jahreszuschnitt 5,2 Prozent von 2021 auf 200 zeigt der Gesundheitsreport einen starken Anstieg der Fehlzeiten um über 30 Prozent. Der deutliche Gesamtanstieg der Fehlzeiten resultiert insbesondere auf den stark gestiegenen Fehlzeiten aufgrund von Krankheiten des Atmungssystems. Auf diese Erkrankungsgruppe entfällt 2022 erstmals auch der größte Anteil der Fehlzeiten von 25,3 Prozent und 4,81 Tagen pro versicherte Person. Okay, also die jetzt reihenweise Ausfälle von Arbeitern liegt also an den Krankheiten des Atmungssystems. Und damit ist wohl offenbar Corona gemeint. Würde ich jetzt zumindest denken, weil Corona war ja das, was die letzten Jahre so massiv durch die Gegend gereiht ist. Allerdings stelle ich mir dann die berechtigte Frage, warum wir diesen großen Anstieg der Arbeitsunfähigkeit erst 2022 sehen. Ich meine, Corona gibt es ja schon seit 2020. Warum haben wir den Anstieg erst jetzt und nicht schon früher? Ja, das verstehe ich einfach nicht. Und deswegen wollte ich die Sache nochmal ein bisschen genauer nachprüfen und habe mir dann auch die Gesundheit-Report der Technikerkrankenkasse für das Jahr 2021 und für 2020 angeschaut. Und hier in der dritten Grafik siehst du jetzt die Statistik zur Arbeitsunfähigkeit von 2021. Und dort kannst du sehen, dass die Arbeitsunfähigkeit sogar gesunken war. Die Arbeitsunfähigkeitquote ist von 44,5 auf 42,3 gesunken und die Krankheitstage sogar von 15,1 auf 14,6. Und in der vierten Grafik, die ich jetzt zeige, schauen wir uns mal die Gründe für die Krankheitstage an. Und da können wir sogar sehen, dass die Krankheiten des Atmungssystems sogar um 50 Prozent zurückgegangen sind bei den Männern und um 79 Prozent sogar bei den Frauen. Hier in der nächsten Grafik siehst du, war aufgelistet die Krankheiten des Atmungssystems für 2021 und dort steht ganz klar beschrieben von durchschnittlich 29,1 runter auf 23. Also das ist 26 Prozent Minus. Aber wie jetzt? Das verstehe ich jetzt einfach nicht. Ich meine, die Zahlen vom RKI und auch von Lauterbach hatten doch gesagt, dass wir 2021 massiv mehr Corona-Fälle gehabt haben als 2020. Also hätte doch die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Corona deutlich ansteigen müssen, 2021. Aber hier in dem Bericht sieht man genau das Gegenteil für 2021. Die Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheiten des Atmungssystems sind sogar gesunken. Aber das ist wahrscheinlich wie immer nur ein Einzelfall und deswegen schauen wir uns jetzt nochmal das Jahr 2020 an, da wo Corona nämlich angefangen hat. In dieser Grafik siehst du jetzt die Arbeitsunfähigkeit für das Jahr 2020. Und wenn wir dort in die Spalte für Krankheiten des Atmungssystems schauen, sehen wir von durchschnittlich 37,4 runter auf 29,1. Also minus 28 Prozent. Also auch 2020, da wo Corona angefangen hat, sind die Krankheitstage für Atemwegserkrankungen ebenfalls runtergegangen anstatt nach oben gegangen. Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich bin jetzt maximal verwirrt. Ich meine, wir haben ja mit Corona eine der schlimmsten Atemwegserkrankungen der letzten Jahrzehnte, zumindest wenn man auf die Politiker und wenn man auf Herrn Lauterbach hört. Aber die Krankheitstage in der Bevölkerung, darauf hat es sich nicht ausgewirkt. Genau im Gegenteil, 2020 und 2021 sind sogar runtergegangen. Also das verstehe ich einfach nicht. Und für mich gibt es dafür nur zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder die Politiker haben uns richtig großen Mist zu Corona erzählt und das war gar keine schlimme Atemwegserkrankung. Oder dieser Bericht hier von der Techniker Krankenkasse ist einfach falsch. Es gibt ja nur die beiden Optionen, weil die erzählen ja genau das Gegensätzliche. Und als nächstes muss man sich dann natürlich auch noch die Frage stellen, wenn Corona offenbar nicht für den Anstieg der Arbeitsunfähigkeit verantwortlich ist, was ist es dann dann? Ja, ich meine, und vor allem, was hat dann im Jahr 2022, wo es diesen massiven Anstieg der Arbeitsunfähigkeit von über 30 Prozent gab, was hat denn das verursacht? Ja, also ich möchte an dieser Stelle jetzt keine möglichen Gründe nennen, weil mein Video sonst höchstwahrscheinlich wieder demonetarisiert wird. Aber ihr alle habt ja ein kluges Köpfchen und könnt selber da ein bisschen drüber philosophieren. Aber was man natürlich auch noch bedenken muss, die Krankheitsfälle von Atemwegserkrankungen gingen von 2019 auf 2020 um 26 Prozent zurück. Von 2020 auf 21 gingen sie sogar um 28 Prozent zurück. Aber dann plötzlich von 2021 und 22 gingen sie plötzlich 30 Prozent nach oben. Also offenbar muss 2022 irgendwas passiert sein. Also irgendwas in uns Menschen drin oder irgendeine neue Krankheit, von der wir nichts wissen, ja, die aus diesem Abwärtstrend der Atemwegserkrankungen plötzlich einen Aufwärtstrend gemacht hat. Von knapp minus 30 Prozent auf plus 30 Prozent. Das kann mir noch keiner erklären, ja. Also für mich ist das Ganze extrem mysteriös und das Problem ist ja, dadurch, dass das Vertrauen in unser Gesundheitssystem und auch in Lauterbach in die letzten drei Jahre völlig verloren gegangen ist, ist es auch extrem schwierig, das jetzt rauszufinden. Weil in den vergangenen Jahren hat ja auch die Bundesregierung viele Zahlen versteckt oder auch geschönt oder ist da nur ganz langsam mit rausgerückt. Also es war einfach so viel Undurchsichtigkeit vorhanden, auch schon in der Datengrundlage, dass es jetzt extrem schwierig wird, den wahren Grund rauszufinden. Und interessanterweise gibt es in diesem Gesundheitsbericht von 2022 noch zwei andere interessante Grafiken. Und zwar hier in dieser siebten Grafik, da kannst du auch sehen, wie unterschiedlich stark die Bundesländer betroffen waren. Und hier kann man sehen, Mecklenburg-Vorpommern war mit am stärksten betroffen. Also das Bundesland, was ja eigentlich oben am Meer liegt, wo man gute Salzluft hat, ja, was ja förderlich für eine gute Atmung ist, die sind plötzlich am meisten betroffen. Und Baden-Württemberg, die ganz weit weg vom Meer liegen, die haben nur 16 Prozent. Also das war schon ein bisschen komisch, ja, nicht Prozent, also die Zahl 16. Und in der nächsten Grafik kannst du mal noch sehen, welche Tätigkeitsgruppen ganz besonders mit betroffen waren, weil diese ganzen Krankheitsfälle mit der Arbeitsunfähigkeit wurden auch aufgeschlüsselt, in welchem Beruf du arbeitest. Und hier kann man ganz klar sehen, am stärksten sticht heraus mit 30, das sind Fahrzeugführer von Transportgeräten, aber auch Kunststoffherstellung, Metallerzeugung, Ausbauberufe, Verkehrslogistiker, ja, Überwachungsberufe, Gesundheitsberufe und Erziehungsberufe mit allen um die 25 waren mit am allerstärksten davon betroffen. Also meine lieben Zuschauer, wir hatten also 2022 30 Prozent mehr Arbeitsunfähigkeit, hauptsächlich durch Atemwegserkrankungen und wir hatten natürlich auch eine sehr große Übersterblichkeit im Jahr 2022. Laut DE-Status hatten wir eine deutliche Übersterblichkeit und der stärkste Monat war im Dezember in der KW 51 mit sage und schreibe 37 Prozent. Das musst du dir mal vorstellen. 37 Prozent sind mehr gestorben, als eigentlich hätten sterben müssen. Und was sagen jetzt unsere Politiker und auch unser Gesundheitsminister Lauterbach dazu? Sie wissen es nicht. Sie wissen es einfach nicht. Und da frage ich mich, ja, gerade Gesundheitsminister Lauterbach, der ja in der Corona-Zeit wirklich aus jeder kleinen Mücke einen riesigen Elefanten gemacht hat und ständig immer vor dem nächsten Killer-Virus gewarnt hat, ja, der weiß das jetzt einfach nicht, wo diese Übersterblichkeit herkommt. Ich meine, eventuell erinnerst du dich ja noch an die Aussagen von Lauterbach 21. Ich zitiere ihn nochmal. Im Frühjahr 2022 werde sich aber erst noch zeigen müssen, ob am 21. März wirklich alle Corona-Maßnahmen fallen können. Das ist auch davon abhängig, ob noch Virusvarianten auftreten werden. Er betonte erneut die Bedeutung von Impfungen. Klar ist aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind. Also, jetzt ist diese Aussage ungefähr 1,5 Jahre her vom Lauterbach und mit einem hat er wirklich recht gehabt. Wir haben jetzt eine massiv angestiegene Arbeitsunfähigkeit und wir haben auch eine massive Übersterblichkeit in Deutschland. Es sind also wirklich sehr viele Menschen zusätzlich gestorben. Allerdings ist das nicht bei den Ungeimpften passiert. Also, offenbar wusste Lauterbach schon vorher, dass 2022 viele Menschen zusätzlich sterben werden. Aber seine Begründung oder sollte man vielleicht lieber sagen, seine Ablenkung war komplett falsch. Und jetzt, wo die Zahlen immer deutlicher werden, wo sie immer deutlicher sichtbar werden, bin ich wirklich mal gespannt, ob er endlich mit der Wahrheit rausrückt. Also, lieber Herr Lauterbach, woran erkranken denn jetzt plötzlich so viele Menschen? Woran sterben jetzt plötzlich so viele Menschen mehr, als eigentlich normalerweise sterben würden? Genau diese Antworten sind Sie uns jetzt schuldig. Und wenn Sie uns diese Antworten nicht geben können, dann sind Sie eine Fehlbesetzung für Ihr Amt und müssen jetzt schnellstmöglich zurücktreten. Also, sicher ziemlich, es ist ein Begründungs- und Veriliber. Und diese Begründung von den Gehäuser derzeit ausdrücken. Und das sind die Begründung von den Gehäuser der Grenzen.